Ihr Zustand hat sich verschlechtert, seit ich Sie das letzte Mal gesehen habe. Kann ich Ihnen irgendwas holen? Ihre Beobachtungsgabe ist nicht unfehlbar, sonst würden Sie erkennen, dass mir kein Mensch mehr helfen kann. Hm. Okay, aber das Klavier, das ist verdächtig, ja? Mal gucken. Das Piano gibt einen gedämpften und dissonanten Klang von sich. Vielleicht hat ein skrupelloser Händler Liloid Jones ein defektes Instrument verkauft. Na, das glaube ich nicht. Aha. Eine kleine Zigarrenkiste behindert gleich mehrere der Klavierhämmer. Ein zusammengebundenes Bankknotenpaket ist mit einem Gummiband an der Kiste befestigt. Die Kiste enthält mittelstarke Zigarren aus holländischer Fabrikation, wahrscheinlich aus ostendischen Tabaken hergestellt. Zwei Scheiben zu fehlen. Eine Papierbanderole umschließt dieses Paket von mindestens 20 unzerknitterten Fünfhundnoten. Obwohl die großen Geldscheine als Druckdatum das Jahr 1874 aufweisen, sind sie niemals in einem Portemonnaie oder einer Brieftasche gefaltet worden. An der Gravur ist irgendetwas störend Vertrautes. Okay, aber was könnte das denn sein? Sind das Gefälschte? Vielleicht das Wasserzeichen? Okay, das können wir. Wann wir mal riechen? Das Aroma bestätigt, dass sie erst vor kurzem aus ostendischen Tabaken gerollt wurden und wahrscheinlich für den Geruch verantwortlich sind, der in dem Zimmer hängt. Was ist das für Geld in dem Klavier? Die Ersparnisse meiner Schwester. Sie vertraut den Banken nicht. Alles in neuen Scheinen? Das bezweifle ich stark. Es dürfte Sie nicht überraschen, dass mir das vollkommen egal ist. Und die Zigarren? Muss ein Besucher hier vergessen haben. Ihren eigenen Worten zufolge hatten Sie keine Besucher. Dieses Bündel Fünfer ist mehr als genug, um Sie zu ruinieren. Das wäre ein schwacher Sieg. Aber Sie versuchen mehr zu greifen, als Sie halten können. Sie wollen aus Ihren Beobachtungen mehr ableiten, als Sie beweisen können. Falsch. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie haben dem Bombenleger das Rezept verraten. Die Zigarren sind von ihm, mit seinem Geld haben Sie das Klavier bezahlt und diese Fünfer stammen von ihm. Ich habe es nicht auf Sie abgesehen, aber ich werde nicht zögern, Ihnen und Ihrer Schwester die Polizei auf den Hals zu hetzen. Ich werde diejenigen bestrafen, die versucht haben, meinen Bruder umzubringen. Ich glaube Ihnen, Holmes, und ich fürchte Sie. Ich hatte gleich den Verdacht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt weiß ich es sicher. Jetzt muss ich dafür bezahlen. Wem haben Sie das Rezept für die Bombe verkauft? Ein Mann namens Vincent sagte, er brauche das Rezept für eine vertrauliche Angelegenheit. Er behauptete, er sei ein Bergbauingenieur. Haben Sie ihm geglaubt? Ich habe das Klavier von dem Geld gekauft, das er mir für meine Leichtgläubigkeit bezahlt hat. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel. Er hatte eine gebildete Aussprache, jung und mit einem schwachen Akzent. Ein fester Händedruck, ein schwacher Geruch. Nicht nach Tabak, sondern erdig, süß und sauer zugleich. Er war ernst, intelligent und er hatte es eilig. Aber er war kein Ingenieur. Hat er jemals den Diogenes-Club erwähnt? Nein, ich hoffe, ich hätte Nein gesagt, wenn er mir seinen Plan verraten hätte, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nur eine Gelegenheit gesehen, etwas Geld für meine Schwester zurückzulegen und ich habe sie ergriffen. Diesen Vincent. Sie haben ihn nur dieses eine Mal gesehen? Zweimal. Vor ein paar Tagen sollte ich für ihn einen Sprengstoff beurteilen, der angeblich zum Verkauf stand. Das meiste davon war zu hoch für mich, aber ich konnte zumindest erkennen, dass die Formel etwas mit ungeheurer Sprengkraft beschrieb. Er sagte ihm, er solle sich an Duao wenden, aber darüber hat er nur gelacht. Er sagte, ich solle Stillschweigen bewahren. Und Sie haben Verdacht geschöpft? Klar, das war Beweis genug, falls ich einen brauchte, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging. Er bezahlte für Schweigen ebenso viel wie für Informationen. Ohne sie hätte er beides für 200 Pfund und eine Schachtel Zigarren bekommen. Okay, der Vincent also, ja? Ist natürlich ein falscher Name, aber wie kommen wir jetzt an den ran? Ich würde dieses Geld gerne einem Experten zeigen. Sie haben vielleicht sowohl mehr als auch weniger bekommen, als Sie dachten. Nicht echt? Habe ich mich auch schon mal gefragt. Man sollte annehmen, so kurz vor dem Ende hätte ich wenigstens gelernt, dass man im Leben nichts umsonst bekommt. Die Zigarren sind zumindest echt, glaube ich. Was habe ich von Ihnen zu erwarten, Holmes? Sie haben einen Fehler gemacht, Lloyd-Jones. Bitte machen Sie nicht noch einen. Wenn er nochmal zu Ihnen kommt, sagen Sie mir Bescheid. Ich lasse Ihnen meine Karte da. Ich bin Ihnen dankbar. Um meiner Schwester willen danke ich Ihnen. Ich wollte nicht im Gefängnis sterben. Ja, das macht ja jetzt auch keinen Sinn, in Ihren Gefängnis zu stecken. Also das macht ja gar keinen Sinn. Hm. Vorschläge, Watson? Er ist schwach, Holmes. Ich finde nicht, dass wir ihn weiter befragen sollten. Könnten wir nicht einfach das Zimmer untersuchen? Er kann es seit Wochen nicht mehr verlassen haben. Tut mir leid, Watson. Sie haben wahrscheinlich recht. Aber ich kann nicht anders. Er ist meine einzige Spur zu Mycrofts Attentäter. Haben Sie Ihre Ansichten bezüglich Anarchisten etwas gemildert, Watson? Seit den Highmarket-Aufständen verachte ich Radikale jeglicher Schattierung. Das sind rücksichtslose Agitatoren, die Ärger um des Ärgers willen anzetteln. Diese Charakterisierung ist zu allgemein, Doktor. Wie die meisten Vorurteile hat sie zwar einen wahren Kern, aber sie ist trotzdem nur ein Vorurteil. Nun gut. Hm. Dann lassen wir den guten Mal in Ruhe. Hm. Wo könnte man denn jetzt mal hin? Machen wir mal zu Spitalfields. Von Houndstitch bis Hanbury Street zwischen Whitechapel und Bednall Green kann man jede Art von Elend beobachten. Spitalfields ist der berüchtigste Nährboden der zivilisierten Welt für grässliche Seuchen und ebenso schreckliche Geschehnisse. Äh. Watson! W NASTER Ich ihnen helfen? Ja, Monsieur, ich weiß nicht, ob Sie uns helfen können. Was haben wir denn hier? G.Z. Spurzheim hat die Prinzipien der Kriniologie festgelegt. Er ging davon aus, dass jede geistige Fähigkeit einen Bereich des Gehirns belege und dass jeder Schädel ein verlässlicher Indikator für das darunterliegende Gehirn sei. Spurzheim identifizierte 35 charakterbestimmende Bereiche. Seine Theorie wurde verdienterweise von vielen Gelehrten mit Verachtung bestraft. Ein kompetenter Schriftanalytiker kann möglicherweise die generellen Charakterzüge eines Menschen aus seiner Handschrift ableiten. Aber jeder, der behauptet, dass die Graphologie die Persönlichkeit des Schreibers bis ins kleinste Detail enthüllen und auch noch seine Zukunft vorhersagen kann, muss als Scharlatan entlarvt werden. Auf der bequemen Couch liegt eine seltsame Scherpe. Das teure Gewebe ist höchst ungewöhnlich und trägt zur merkwürdigen Atmosphäre des Raums bei. Verschiedene Ausgaben des pränologischen Almanachs liegen auf der Couch herum. Diese amerikanische Publikation wird von eifrigen Verfechtern dieser fragwürdigen Wissenschaft herausgegeben. Zeitschriften versuchen ja öfter, eine gewisse Legitimation für anrühchige Disziplinen zu schaffen. Warum hier eine Umkleideecke abgetrennt ist, leuchtet nicht sofort ein. Vielleicht sind einige Klienten williger, sich einer so dubiosen Analyse zu unterziehen, wenn sie sich zuvor von der Tyrannei der Kleidung befreien können. Vielleicht ist der Raumteil aber auch rein dekorativ. Das menschliche Cerebrum und Corpus Callusum wiegt ohne Cerebrum und Medulla Oblongata etwa 3 Pfund. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass schwerere oder größere Gehirne nicht entsprechend gesteigerte geistige Fähigkeiten mit sich ziehen. Um 1810 herum systematisierte Franz Gall das Studium der Schädelformen. Er glaubte, ein Spezialist könne exakte Charaktermerkmale und Fähigkeiten allein aus der Hutgröße eines Menschen ableiten. Obwohl die Neurologie und die Anthropologie diese Theorie ablehnen und ihre Anwendung als eine Form der Quacksalberei abtun, war seine Idee nicht völlig schwachsinnig. Tottmann benutzt diese Instrumente, um den Kopfumfang seiner Klienten zu messen. Die Prenologie behauptet, aus diesen Messungen die Neigung des Probanden zur Destruktivität, zur Heimlichtuerei sowie 33 weitere Eigenschaften, Gefühle und Fähigkeiten ablesen zu können. Ja gut, die Schädel kennen wir ja. Sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Wir können ja erstmal mit Watson quatschen. Irgendwelche professionellen Anmerkungen zu diesen sogenannten Wissenschaften? Ihr verächtlicher Ton verrät mir, dass Sie selbst welche haben. Sie schätzen mich falsch ein, Watson. Ich unterstütze solche Forschungen. Meine derzeitige Meinung ist, dass sie sehr wohl Wert haben, aber dass sie oft zu viel vorgeben. Ja. Gibt es hier Hilfsmittel, die uns helfen könnten? Könnten sie uns überhaupt schaden? Ich würde das, was wir bis jetzt erreicht haben, nicht gerade brillant nennen. Wir könnten sie auf jeden Fall ausprobieren. Von einer bekannten Menge ausgehen, sozusagen. Was, Watson, warst du überhaupt die ganze Zeit dabei? Wir haben noch jede Menge rausgekriegt, also wirklich sehr viel. Wir haben rausgekriegt, dass es zum Beispiel kein Gasleck ist. Wir haben die Formel wieder beschafft und, 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 und. Wir haben das ganze Geheimnis fast schon gelöst und jetzt sagst du, wir haben nichts erreicht? Also bitte. An vorderster Forschungsfront in gleich zwei neuen wissenschaftlichen Disziplinen zu sein, das hat von dem selbsternannten Professor seinen Preis gefordert. Er ist ein wildäugiger, ungepflegter, verrückter, mittleren Alters, in einem mitgenommenen Professorenkittel gehüllt. Sein Benehmen ist mehr als nur ein wenig zerstreut. Ja, quatsch mal mit ihm. Wovon zum Geier spricht dieser Mensch, Holmes? Er hält meinen Kopf für sehr interessant und möchte ihn wohl untersuchen. Da ist er nicht der Einzige. Naja, er mischt halt Englisch und Französisch und Italienisch und was weiß ich was noch alles zusammen. Hm, das ist aber nicht gut. Unser Weg ist voller Hindernisse, Watson. Ihre Einschätzung? Der Professor kennt ein paar Phrasen für seine Arbeit, spricht aber keine Sprache flüssig. Wie kann er so in diesem Geschäft überleben? Tja, wie bloß? Entweder er nimmt uns auf den Arm oder jemand übersetzt für ihn. Ja, aber... Achso. Oh, da ist ja jemand. Hallo. Wo kommst du denn her? Warum hier eine Umkleide-Ecke... Äh? Äh... Wo kommst du denn, 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 wo kommst du denn